Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest Samaditsgami Moin Genau Wir haben Wir sind praktisch Also ich habe jetzt alle meine Teile Wir können jetzt kurz gucken Wir haben kurz noch ein bisschen gejagt und alles Ich kann mir jetzt Einen Warm Sweet machen Wait Okay ich glaube ich ziehe den direkt mal an Boah Sieht geil aus Also Du hast einfach so an der linken Seite Also so an der Schulter Also nicht so bei der Brust Oh Leute das ist so ein Rehkopf Ja das ist so ein Rehkopf Aber es sieht halt Ne also ich finde es nicht so geil aus Okay Ja egal für dich müssen wir noch Rüstung halt schon deutlich Ja ja klar Ähm Also für dich müssen wir noch eine Dings holen Ähm Ein Waschbär Genau Ein Waschbär Ja ich hätte gesagt wir machen uns auf die Suche oder Gehen wir mal runter ins normale Kann ich jetzt schon essen? Ja aber nicht Nee nicht alles her Warte mal ich muss Ich muss erstmal Ich habe noch ein bisschen Fleisch Wo wir noch kurz räuchern können Ja ja auch noch Alles meins hier Kann das sonst hier noch mit Oder okay mach ich Kann ich jetzt eigentlich schon essen? Ja ich kann es essen Was kann das? Sind die Lissers? Ja die sind Oh trinken habe ich auch das nicht Hat sie Junges Also das Wetter geht richtig ab Hat sie irgendwo ein See oder ein Fluss? Kann ich noch kurz Wasser holen? Kann ich ja auch noch meine Felsfläche Ah ja hier unten warte ich gehe hier kurz runter Wasser holen Ist gut weil ich kann mit dem Ohhhh Oha nix passiert Leute warm sweet Es gibt auch Rüstungspunkte Oh Da bohne ist irgendwas Seh ich auch Lass uns dort hin Ja hinten dorthin Okay Oha ich bin fast tot Ich weiß nicht ob ich den jetzt anbehalten soll Weil falls der kaputt gehen kann Siehe ich den auf jeden Fall gleich aus Ne der kann ich auch nicht kaputt gehen Ah der Mieter ist so eine geile Konsequenze Jung Das sind nochmal andere Ich bin das in die Landtusseehäuser Ja wirklich Lassen wir hier noch an Oh Alter das ist ein Riesensee Oh mein Gott Das ist ja übelst klär Oh Gott ich bin tot Oha lol What Ich bin ein Krokodil Oh mein Gott Ja Kannst du mir bitte helfen Achtung aber pass auf Ja ich bin fast tot Junge Ich bin tot Scheiße Oh mein Gott der ist einfach ein Krokodil Was Einfach mal ein flügiger Krokodil Oh Oh Einfach ein Krokodil Alles klar Ey das Ding ist wenn ich jetzt hier sterbe Dann Also da muss ich alles zurücklaufen Und bis ich hier bin ich doch alles dies und Oh bitte komm mir Ja Ihre aller Wieso bin ich denn auch hier im Zelt gestorben Ich bin ja oben drin Leute hier sind Speer und hier ist auch immer Farbe Ich hab gar nicht gewusst dass es Krokodile gibt Ich auch nicht Ne der kämpft jetzt hier Ich kenn jetzt hier nicht raus Egal komm No risk Achtung Ich weiß auch nicht Kann man das Leder von dem vielleicht für irgendwas brauchen So wie eine Rüstung oder so Oh shit Ja Ich muss übelst aufpassen Alte wir müssen hier Alte wir haben gerade richtig beef mit denen Also einen habe ich da umgeschlagen Ok ich hab kurz ein Medizin genommen Aber es sind überall Blaubeeren Oh ja Wow Boah Alter wie viele Ja Boah 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 Alter Kokodile ich will dich sehr Ich will dich Du willst es heiraten Guck mal Guck mal Doh Swerben Guck mal ein Kokodil Aber ich weiß halt nicht Doch das sind 2 sogar Ich weiß halt nicht wie gefährlich das sie sind Also ich nehme an sehr gefährlich Wow Boah Alter der springt ja so richtig Der ist tot Was der ist die bei der Toten Ich bin zu gespannt Diga Es gibt Glieder von denen Es geht jo Alter wie Boah Da sind auch Riesenteile Alter so 2 Meter Dinge Kassiert noch mehr Blaubeeren. Krass. Nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Oder essen alle. Hier sind weiße Beeren. Oh Gott, die darfst du nicht essen. Achtung, die sehen fast gleich aus. Krokodilfleisch. Krass. Ey, lol. Hauptsache, es geht ab mit Krokodilleder. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es überhaupt Krokodile gibt. Bei mir ist das... Hä? Kann man die Rüstung dann eigentlich anziehen? Ich glaube, das ist einfach dasselbe wie das Lizard. Ich glaube nämlich auch. Das ist einfach ein Lizard-Skin. Es gibt nur... Aber es gibt voll viel. Also es gibt irgendwie, keine Ahnung, vier oder so. Lol, ich habe gerade vier. Hä? Ja, wirklich. Krass. Okay, das ist krass zu verwissen. Oh Gott, Alter. Sorry, ich habe fast abgeschlagen. Ist eigentlich dieses Zelt ist sonst noch was? Aber trotzdem ist so Lizard-Skin. Also... Doch als ich will halt schon sagen, es fällt nicht, weil... Normalerweise bekommst du dann nicht nur ein Stück und du kommst dann nicht 1 zu 3 oder 4 Stück. Geil. Wow. Wow. Diesen Haus hier ist auch richtig gut gebaut. Hier ist nichts drin. Aber ich muss halt klagen, also... Das Gebäude an sich sieht geil aus, aber... Also der Raum, den sie haben, ist... Also... Zu klein. Also... Ich will ja nicht sagen, aber... Ich will ja nicht sagen, aber... Viel zu klein. Leute, guck mal, hier sind auch so Rohre irgendwie und was ist denn hier? Aber ältert will ich jetzt nicht ins Wasser gehen, weil ich habe... Ja, ich auch, Alter. Ja, sieh mal vor. Ähm, wir müssen hier noch so ein bisschen zu... Vielleicht finden wir hier noch ein Waschbär. Ich meine, die leben hier auch am Wasser. Du bist einfach im See, alles klar. Ja, Alter, hier hätte ich halt auch voll Bock zu bauen, irgendwo. Ja, ey, das wäre so geil. Hier am anderen Seite halt, so. Habe ich noch Zähne? Ist denn hier irgendwo... Hier irgendwas... Oh, guck mal, da ist mir wieder raus. Ist denn hier irgendwas... So ein... Äh, also ist dieses Ding irgendwas, so wie ein Loch zum Beispiel, wo man dann auch wieder rein kann. Nicht... Oh, ein Schildkröte, aber die sieht anders aus irgendwie. Äh, die sind größer, oder? Ja, ich glaube auch. Weil da vorne ist auch noch eine, ich tüte die. Und die viel heftiger zu knacken, ich kann die kaum knacken. Jo, ich auch nicht. Hä? Äh, die sind einfach unsterblich. Ich knacke dich. Okay, dann zünde ich dich halt an. Dann zünde ich dich halt an. Das ist unbesiegbar. Du willst das so, ne? Ich zünde. Ich warte noch, bis sie wieder rauskommt, dann gebe ich dir nochmal. Ja, ich weiß, du musst dann den Kopf so wegschlagen. Kommt raus. Bam. Oh, ich hab sie. Ich hab das Fleisch. Aber ich hab den Ding nicht bekommen. Ah, Junge. Hä? Hä, ich bin, also man bekommt die Schale dann doch gar nicht. Ah, doch hier, die liegt hier. Die hast aber die gleiche Schale. Du musst sie dann einfach mal machen. Ja. Aber die sind die mir heftiger. Leute, ich hab schon ne Möwe, 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 ne Möwe. Und die sind geklöpft. Oh, du hast, siehst du das, das sind ein richtiges Krokodil. Die lauern hier so. Jetzt, ja oh mein Gott. Ach du, ach du, ich bin jemand mit dem Wahlkampf. Oh, oh, okay. Oh, das sieht schon heftig aus. Ja, von der ist wahrscheinlich gleich auch zuschnappt, weil es ist tot. Er bekommt das, was kommt, ich glaube du. Ne. Ich höre ich auch nicht. Hä? Aber ich hätte Bock so auf dem Krokodil in Schädel. Alter, ja. Müssten wir eigentlich auch mal mitnehmen. Wir haben immer noch kein Waschbär gefunden, Alter. Das kann doch nicht sein. Hier oben ist ein Zelt, so. Ein von Menschen. Ist das auch nicht? Ist ein Baumstamm. Ne, das ist ein Zelt davon. Ja, eben. Glaube ich. Aber ein Wasser ist halt behalten, ein Baumstamm. Hier ist eine Höhle. Ja, geil, dann gehen wir noch nachher. Lassen wir uns gleich instantan. Ja, aber es ist kein Zelt. Wir können zuerst mal noch kurz hier gucken. Vielleicht können wir ja hier noch im Waschbär oder so. Jo, hier ist das Loch. Ja, das große Loch stimmt. Jo, das ist ja übertrieben da. Alter, das ist halt schon krass, ne? Alter, das geht eigentlich übelst tief. Krass. Ja, dann brauchen wir hier kurz etwas zu speichern, ja. Gute Idee. Aber so ein bisschen hier so am See, so eine schöne Stelle hier. Ja. Ja, aber ich schon richtig. So kann man nicht so einfach hier so neben der Höhle haben, sonst. Ja, dann bringen wir so einen kleinen Schelter oder dieses, oder was meinst du? Ja, dann bringe ich das hier rein. So, wir wollen mal kurz gucken, was haben wir eigentlich für... Boah, ich hatte einen Stock. Ich sollte mal ein bisschen Stöcker suchen. Hier. Hier ist schon kein Stöckchen. Ja, hier ist schon ein Kannibalen-Dorf. Oh, weißt du was? Ich glaube, bei diesem Zelt gibt es die Climbing-Ags. Ich glaube, in dieser Höhle gibt es die Climbing-Ags dann. Lol, also sind wir... Lol, das ist hier. Da waren wir ja schon. Ja, in dieser Höhle da vorne waren wir. Und hier oben ist noch ein Lizard. Ach, scheiße. Weckerrand. Haben einen Schluck. Ja, herr, aber es hat hier keine Dings. Ehrlich heißt Dings, so vier Blätter. Ich finde zumindest keinen. So. Haselein, wo bist du? Boah, Alter. Hä, sind wir dumm? Ja, wir sind so manchmal hier dumm. Also, ist davon langklautig. Ja, wirklich. Wir haben nie das Loch hier gesehen. Ich dachte, das ist halt viel weiter weg. Also, gehen wir auf der Seite. Ähm, okay, wollen wir runter? Ah, nee, wir brauchen jetzt noch das Zelt. Auf den See haben wir nie gesagt. Oh, Karnival, Karnival, Karnival. Was los? Ey, unser Inventar ist auch so krass mittlerweile. So viel Stuff. Ey, ich bekomme keine Stücke zusammen. Ähm, ich auch nicht. Okay, weil ich jetzt gerade in den Stücke. Das ist hoh-normal. Irgendwie droppen auch keine, wenn man hier... ...die Pflanzen... Nein, da meine Ausdauer ist halt auch so schlimm. Ach, du Scheiße. Wie funktioniert eigentlich schon eine Bombe? Ich will mal testen. Also, ich glaube, die kann man dann zünden und dann weg mal schmeißen, oder? Ich weiß eben gar nicht. Also, so. Oh, Münze. Dann muss ich mal ausprobieren. Soll ich mal ausprobieren? Ja, wir haben ja nicht genug. Hä? Ist sie jetzt eigentlich schon aktiviert? Ich weiß nicht, ich würde wegrennen. Die leuchtet. Ja, dann würde ich wegrennen. Nee, das kann doch nicht sein. Mach einfach nicht, dass du stirbst. Ach so. Und der es exportiert hat? Ah, ja, okay. Einfach wegschmeißen. Dann explodiert ich, okay. Also, wie eine Granate. Das war ein Waste. Einfach, dass du musst gar nichts machen. Einfach nur dann... ...wegeschmeißen. ...und dann explodiert, ja. Dann mach ich gleich noch mal alleine. Aber hä, da droppen keine Sticks irgendwie. Da droppen nur Blätter. Übel komisch. Okay, ich komme mal zurück. So. Ist das Zell fertig? Äh, also unser... Nee, ich habe keine Stöcke. Wie habe ich denn? Boah, ich habe drei. Ach, vier. Das ist scheinbar dran. Ah, nochmal zwei. Weil wir noch zu wenig Stöcker finden. Nochmal zwei. Hä? Jetzt finde ich übertrieben viele. Ah, hier sind auch gerade viele Stöcke. Ja, okay. Das sollte reichen. Komm dann wieder was vor. Ja, ich komme zurück. Hauptsache, ey, die Krokodile. Ich bin ja richtig erschrocken. Da plötzlich einmal Krokodile vorkommen. Ja, easy. Okay. Oh, wir können nicht schlafen. Okay, dann speichern wir. Dann können wir auch in der nächsten Folge... direkt in die Höhle. Denn... Leute, das war's mit dieser Folge The Forest. Schaut unbedingt bei Eatsgambi vorbei. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's mit dieser Folge The Forest. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Tschüss. Outro